Musik Guten Morgen und Willkommen zu Call of Duty 6 von Raw V2. Ja, heute spiele ich mal ein Capture the Flag. Das ist halt mehr objective basiert als zum Beispiel Free for All oder Team Deathmatch. Denn ja, hier geht es ja darum, die Flaggen zu erobern und nicht darum, so viele Kills wie möglich zu machen. Ja, ich habe mir jetzt leider die falsche Klasse dafür ausgesucht. Die werde ich nachher noch wechseln, wenn ich sterbe. Das mache ich jetzt mal direkt. Und so habe ich hier extra eine erstellt, UMP Runner. Mit der habe ich Marathon und Leichtgewicht, das heißt, ich kann unbegrenzt sprinten und 125% so schnell sprinten. Da oben ist die Flagge, die wir jetzt erobern müssen. Und ich werde halt versuchen, so objective wie möglich zu spielen. Und wenn ich dabei Gegner begegne, wie hier, versuchen sie zu töten. Und ich habe nicht mal einen Hitmarker bekommen. Nicht mal einen Hitmarker. Ja, den muss ich mir jetzt holen. Und das überrascht mich gleich, wenn ich die... Oder auch nicht. Oder auch nicht. Nein, dann bist du ein... Flagge entschärft. Flagge holen. Und laufen. Fuck! Hätte er mich mal in Ruhe gelassen. Ja, die ist schon mal so 20 Meter weiter zu uns gekommen, die Flagge. Die Feinde können die jetzt zurückholen, wenn die jetzt in der Flagge stehen. Aber das will ich mal nicht hoffen, dass sie das machen. Denn hier kann ich mir die ganz einfach holen. Fuck! Wenn ich da so ein dummer Camper rumliegen würde. Mann! Boah, es ist spannend, wenn ich als Camper die ganze Zeit da rumliege. Das würde mir so viel Spaß machen. Ironie, Ironie, Ironie. Okay. Machen wir das Ganze anders. Cool. Ja, die hilft mir ein bisschen jetzt. So. Keinen Hitmarker bekommen. Das Ding schießt schon ein bisschen für mich. Ja. Wie hat der mich denn jetzt gekriegt? Ja, ist klar. Einen Schuss und ich bin tot. Was ist das denn für eine komische... Okay, ich brauche die Refika. Ich habe keine Refika. Das ist natürlich kacke. Ich dachte jetzt, ich hätte noch eine New-Klasse. Das war jetzt ein Fail. Denn mit der Refika hätte ich ganz einfach den abschießen können. Weil mit der Schotty, naja, auf die Entfernung bringt das wenig. Hm. Ja. Welche Klasse nehme ich denn jetzt mal? New-Klasse. Ich bleibe beim Runner. Bleibe ich beim Runner. Ich muss halt nur nah an die rankommen. Mit Schalldämpfer und Schotty. Ist da hinten jemand im Haus dran? Ja. Ist jemand dran. Da hinten war jemand. So. Ähm. Tja. Alter. Boah, wie der mich aufregt, ey. Ist das ein bekackter Hurensohn. Nicht eine Flagge konnte ich erobern. Und ich habe noch eine KD von 1 zu 5. So ein Scheiß, ey. UAV online. Jetzt werden die alle hier an der Brücke campen. So, den habe ich schon mal. Jetzt zieht da so ein dummes Turret rum. Ich muss jetzt irgendwie zum Turret kommen und das erschärfen. Hm. Damit meine Teamkollegen da durch kann. Wow. So, ich habe es. Hm. Ich kann mich auch versuchen, da hinten zu gleichen. Ich kann nicht nach vorne krabbeln. Was ist denn das für ein Fuck? So. Und weil alle nur hier rumkillen und keine Objective Sachen machen, laufe ich jetzt hier rum. Und versuche die Flaggen zu erobern, weil das macht ja sonst keiner. Ich sehe es hier ja. Wenn ich jetzt einen kille, dann reg ich mich aber auch. Bäm. So. Wenn ihr es nicht machen wollt, machen wir es sicher heute machen. Ja. So, und der Nächste hat die Flagge. Gut. Gut so, Jungs. Oder Mädels. Ich weiß ja nicht, ob jemand hier mitspielt. Na, ha. Ähm, ja. Mal den Typen mit der Flagge beschützen, damit er nicht gekillt wird. Ja, und so möchte ich das sehen von euch hier. Gutes Team. Lauf. Heiß gemacht. Und da hinten. Gut. Es geht ja ja darum, Objective zu spielen und nicht so viele Kills in den Müll zu kriegen oder so dumm zu campen, wie man kann. Das verstehe ich manchmal echt nicht. So, nachladen und mal versuchen, sich von der anderen Seite als der Flagge zu laden. Oh, hi. Der sieht mich nicht. Dummes Kind. Da oben ist nämlich noch einer. Machen wir das Ganze mal so. Jetzt sind da welche. We have the enemy flag. Alter, wie... Alter. Boah, regt der mich auf. Das guck ich mir jetzt in der Killcam an. Ja. Einfach mal reinranzen. Ja, jetzt hole ich mir den Helikopter. So. Jetzt lenkt der Helikopter die ganzen Feinde ab, während wir uns die Flagge schnappen können. Können. Die Tonung liegt echt auf können, denn... Ja, bei den komischen Camper- und Noob-Feinden ist das... ...ziemlich behindert. Ja, wow. Ich stehe im Fenster, ich bin toll, lalala. Ja, du. Jetzt bist du tot. Fech gehabt. Das hat man immer davon im Lampfenster kennt. Ja, das ist doch cool. Ich hab die noch gesetzt, das Händler. Da steht sie. So, jetzt hab ich ein UAV. Jetzt hab ich wieder oben die Map gemacht, unserem Team. Und wo ist denn jetzt die... Nice. Ja, we captured the enemy flag. So, und jetzt versuche ich mich mal da reinzuschleichen. Stealth Action. Stealth Action. Du bist langweilig. Du bist echt langweilig, weißt du das. Okay, dann low. We're close to victory, comrades. We're close to victory, comrades. Ja, ich weiß. Lauf. Lall. Wie ist sie da hochgekommen? Ja, lala. Fail, da oben ist da jemand. Ja, man sieht ihn da auf der Karte. Komisch. Ja. Time's almost up. Und jetzt ist da oben jemand. Ja. Schau ich das. Ja. Wuh, ich hab's geschafft. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Ja. Bam. In your face. Enemy flag was captured by Night Zero Jedi. Wuh. Schreib da in den Chat, Nazis, okay. Jo, ich bin erster, dank meinem Objective-Spielen. Ich hab da gar nicht so viele Kills gemacht, sogar negative KD, soweit ich weiß. Aber. Ja. Erster, dank Objective-Spielweise. Ja, und das war's auch schon für das erste Video heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.